Ich muss das tun. Egal, das ist in Ordnung. Fuck. Ich helfe dir gleich, weil ich mir gleich selber helfen muss. Oh shit! Oh, das ist gut, danke Bro. Das hilft auf jeden Fall schon mal. Und hier kommt noch was hinterher. Sehr gut. Sehr gut. Nein, Alter, wie die Zombies mich trotzdem blockieren. Hä, wo ist der hin? Der dicke Mann. Vielleicht hat er sich aufgelöst. Er ist kurz hochgeflogen. Jetzt kommt er, glaube ich, zu dir. Ich glaube, der will zu dir. Naja, ich porte mich jetzt. Jetzt ist er wieder bei mir. Ja, was macht er denn nun? Ja, was macht er? Wo will er denn jetzt? Weg, während er in Insta ist. Achso, das kann natürlich auch sein. Alter, ich habe ihn doch voll getroffen. Ich bin doch voll in den Deckel oben rein. Soll ich auch da hochkommen? Ich glaube, ich habe ihn. Ne, die Runde ist vorbei, klar hast du ihn. Aber. Okay, ich habe eine Rune, eine. Und ich muss jetzt meine dritte Vase irgendwie vollkriegen. Deswegen kannst du eigentlich nicht da hoch, weil ich da hoch muss. Wo gehst denn du hoch? Ich will ganz schnell nur hier einmal rein düdeln. Achso, ne. Düdel kurz und dann... Für sowas habe ich nicht mal Geld. Okay. Schreckenswolf. Der Schreckenswolf. Der Schreckenswolf. Okay, dann bleibe ich hier im Hof, ja? Ja, wenn du magst. Oh, die können auch von der Seite kommen. Schaffst du das? Ich habe gerade nichts so in Richtung Insta oder atomare Waffen. Okay, äh, joll, klar. So, jetzt muss ich hier hoch. Oh, 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 sorry, sorry, aber da war eine Rune. Das ist ja kein Problem. Da war eine Rune, Mann. Da musste ich ran. So, ein Elektrofeuer habe ich schon mal an. Ah, schon mal sehr gut, kleiner Boah. Ein Elektrofeuer brennt Aber da muss ich jetzt nicht dieselbe Reihenfolge machen, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung Alter, wie soll ich denn mit dem anderen Elektro-Ding Muss ich dann hier runterlatschen? Okay, hast du noch einen Zombie? Ich habe einige Ich habe keinen Ich habe ein Bad voll Zombies Okay, dann beschäftige dich erstmal mit denen Jetzt habe ich nur noch einen Okay, lass leben Auf einmal waren die alle weg Soll ich den leben lassen, du? Muss ich, du? Ich kann ja nicht mal sprinten Wie komme ich denn jetzt schneller? Wie lange hält er den fest, den Schuss, für immer? Nee, wenn du einmal daneben schießt, musst du wieder zurück und wieder auftanken Aber das andere Feuer ist trotzdem dann noch elektri Ja, wenn du... Also du kannst ja nochmal alle kontrollieren Also welches hast du jetzt an? Das oben? Über dem Ritualraum hast du jetzt eins an, ja? Ja, sehe ich noch, sehe ich noch, ist an auf jeden Fall Oh, der Zombie will mich anfassen Das darf er nicht, Mama Scheiße Zentimeter zu tief, Alter Das ist halt wieder neu Aber das andere ist immer noch elektri, oder? Ich schaue gleich mal Aber ich glaube schon, ja Okay, okay, nochmal Hier die Spitze aufziehen Ich gehe das kontrollieren Ähm, der Zombie ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen Away from everything Ja, das Ding ist immer noch frisch Okay, okay Das ist immer noch frisch Ich glaube, der Zombie kommt jetzt zu dir Ich habe ihn verloren Ah, nee, ist bei mir Okay Okay Jetzt wollen halt nur noch diese Drecksruhen Aber ich kann wohl nicht sehen Und die sind mühselig Weil die Dinger sind nur ganz kurz da Und das kann schon sein Wenn ich einmal hier um den Um das Kettenfahrzeug Oder was auch immer das hier Treffer Kein Kettenfahrzeug Aber egal Ihr wisst, was ich meine Wenn ich einmal hier um das Fahrzeug sprinte Ist die Rune schon weg So schnell geht das Jetzt muss ich Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, unten noch das Feuer Okay Ah, ich habe zwei eingesammelt Ich gehe mal hier zum Telepfurzer Zwei Runen gesammelt Ja Und wie viele brauchst du? Sechs Runen? Ja, eigentlich drei Eigentlich drei Aber die drei richtigen Die drei Real Runes Real Runes Und du musst dann unten In der Pyramide überleben Bis der Bogen dann voll ist Muss ich nicht erstmal jetzt irgendwo Ein Pfeil abholen? Ich glaube da, wo du sie schon mal geholt hast Holst du sie, glaube ich, nochmal Und dann musst du voll in die Doinkloings Ist der daneben? Ich glaube, ich habe daneben gedoinkloingt In die Doinkloings In die Doinkloings Die Doinkloings 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 Hinten die Doinkloings Wer hat da geredet? Ah, die Türen werden geschlossen Kumpel Bei dir ist ein Raketenstart Ja, ja Aber Immer besser in deinen Crypt Warum kommt da jetzt ein Raketenstart? Ich habe keine Ahnung Abfuck Moses mag dich nicht Moses mag dich nicht Man muss nicht immer auf Jesus Ja, ja Ich habe ihn Man muss nicht immer auf Jesus rumreiten Eigentlich war Moses der Checker Ja, ja Eigentlich schon Ey, der hat mit einem brennenden Busch gesprochen Er steht eigentlich als Metapher Für eine Frau Die eine Infektion hatte Unten am Busch Ich habe da mit so einer Lady gesprochen Die hatte einen brennenden Busch Ja Dann habe ich hier eine Salbe gegeben Dann wurde es besser Oder guck mal Ich meine Und weißt du Mehr teilen steht eigentlich auch nur für Beine Ja, dann habe ich hier mehr geteilt Aber er war ja auch häufig alleine unterwegs Vielleicht hat er sich auch einfach ein paar coole Pilze reingefegt Und hat sich gedacht Alter Der Busch Der redet Oh Gewitter Juiuiuiui Jetzt muss ich mich wieder zurückbauen Alter Der Busch talk to mir Der Busch hat zu mich getalkt, Alter Alter, hat der voll gesagt Ich soll besser Salbe drauf tun So X brennen Dann kam er zurück Weißt du Dann kam er zurück mit zwei Steintafeln Das waren gar keine Gebote drauf Das war das Rezept für seine Reglemente Ja, Herr Moses, dann erstmal die Salbe, danach aber nicht direkt spülen. Eine Stunde später abspülen und mit dem Mullverband da ein bisschen drüber. Alter, voll die Gebote, ey, muss ich das so machen in Reihenfolge? Der alte Meeresteiler. Oh, Gewitter hier. Oi, 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 alter, da brennt ja die Hütte. Da brennt der Zapfen, du. Was muss ich jetzt machen? Jetzt kommt der Fall raus. Jetzt musst du die einsammeln, runtergehen in den Pyramidenraum. Boom, ich hab den Pfeil. Komm mal mit, Pyramidenraum, ich zeig dir alles. Ja gut, dann lege ich den jetzt gleich in die Kiste. Ja, gehst du gerade in den Pyramidenraum? Ja, ich bin jetzt im Hof, da wo du gerade warst. Gut, ich bin unten im Pyramidenraum. Ach, ich kann auch so lange rennen, weil ich Stamina habe, deswegen. Ja klar, natürlich, du bist voll der Rennerich. Alla reni, juhu, ey, jetzt hab ich ja in den Lippen. Oh, oh, der Zombie kommt hier um die Ecke mit den Armen nach unten. Ey Junge, geh weg. Raver Zombie. Ein tanzender Zombie. Und wo, in welche Kiste kommt er? Hier drüben, glaube ich, Blitz, oder? Ist da nicht Blitz drauf? Raver Zombie. Lol, 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 lol. Es geht wieder los, sagt er. Max Ammo gekriegt für den Pfeil. Ja. Jetzt musst du hier unten überleben. Tötet ihn mal, dann wird er da reingespeist. Aber du musst ihn töten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Bogen sein muss. Keine Ahnung. Na, sehen wir gleich. Ich würde sagen, ich bin oben im Hof. Okay, okay. Das sehe ich gleich. Sehe ich gleich. Ich brauche halt diese Runen. Noch. Jetzt kommen Hunde. Ich glaube, die kann man nicht öpfern. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist ein Unöpferbar, oder? Der will schon alte, gammelige Hundeseelen. Ist da überhaupt Fleisch dran? Ich meine, das ist doch nur Knochen und Fell. Alter, die Locus. One-Hit-Hund-Down. Eine One-Hit-Hund-Down? Das ist eine One-Hit-Hund-Down. Wonder-Weapon. Ich habe gerade 666 Munition im Magazin. Kein gutes Zeichen. Alter, Double-Dog. When the dog is out. Wo seid ihr denn, ihr zogen Bies? Die geben auch keine Runen. Das war so klar. Wie sie fliegen. Das war einfach zu schön gewesen. So, lad durch. Tu es. Ich hätte so gern diesen lila Bogen. Legst du durch? Ach so. Ja, fertig. Maximaler Brechranz. Maximaler Pandaschmalz. Alle Kinder lieben Pandaschmalz. Oh, Divinium für Dr. Monty. Ich kann mir ein bisschen Monte holen. Lecker. Ich glaube, hier unten muss man sie mit dem Bogen töten, oder? Unten in der Crypt. In der Crypt. Bis der Bogen voll ist. Oh, da hinten. Das sieht nach Hirsch aus. Oh, geil. War es noch Hirsch, oder was? Auf jeden Fall. Ich glaube, es war Hirsch oder Türo. Ragou. Nennen die das hier die Nazis. Ragou. Ragou? Ich moge Ragou. Ich hätte gerne Ragou vom Hirsch. Ein wenig Ragou. Und was frisst der so an Seelen? Keine Ahnung. Er mag die nussig-milden Seelen. Boah, gerade ist es kacke. Ronald Ragou. Ronald Ragou? Oh, Instabil. Und maximale Schmumpizion. Alles. Gut, ähm. Nee, Instacill geht nicht. Ich muss sie, glaube ich, boogisieren. Ich glaube, man muss sie boogalonen, oder? Boogalonen. Alter, ich glaube, es kommt doch schon wieder ein Metallmann, oder? Ist fertig? Der Pfeil versinkt in der Kiste. What? Hast du sie? Bogen. Oh, mein Gott. Wir haben den Bogen hinbekommen. Ich habe einen Elektro-Bogen. Yay. Aber den kannst nur du haben, ja? Ich habe den Elektro-Bogen. Ja, ich glaube, den kann nur... Nur ein Bogen pro Person. Boah, und der macht Tornados. Alter Ficker, du. Ich bin nicht mehr im Hof. Ich bin oben beim Strom. Dann gehe ich zum Hof, oder? Aber wollen wir dann nicht... Ja, aber wollen wir da nicht Ragnarücken? Wie, Ragnarücken? Naja, uns fehlt ja nur noch ein Teil, dann hätten wir es. Ja, und dann musst du doch nur Strom anmachen und fliegen, oder nicht? Ja, aber dann machen wir doch jetzt erstmal hier die Runde. Soweit Finish. Oder? Ja. Mann, diese Runen sind... Oh, ich habe eine. Wieder eine Rune. Ich glaube, jetzt habe ich vier. Nur noch zwei fehlen. Es gibt Hoffnung. Bei den Göttern. Bei den Göttern. Beim Teutatis. Bei den Göttern. Ich brauche Ragnarück nicht, weil der Elektrobogen schießt Ragnarücks ohne Ende. Aber ich hätte ganz gerne Ragnarücks. Oh Mann, ich will auch einen Bogen. Wow, wow, wow. Ich finde es voll super. Meisterbogen. Geisterbogen? Meisterbogen. Ja, du hast dann den krassesten. Ja, ich kann dann Geister beschwören. Das ist richtig geil. Ich bin dann voll der Anti-Ghostbuster. Ein Ghost-Teller. Ghost-Caller. Oh, da unten liegt eine Rune. Nein, die ist weg. Siehst du die? Ich weiß nicht. Ah, die ist weg. Fuck. Also, ich sehe keine Rune. Ah, nur ich kann sie sehen, der Runenmann. Du bist im nackigen Mann-Ritual. Guck mal, willst du sehen, was mein Bogen kann? Hier. Wusch. Blitze, Tornados. Alter, der Typ ist doch jetzt... Das ist ungesiegbar, oder? Brutale Scheiße, sag ich dir. Toasty McToast. Brutale Scheiße. Du richtig brutal. Richtig schlugblick. Jetzt kann alles passieren. Jetzt kann alles passieren. Jetzt haben wir wieder nicht Ragnarök. Ach ja, wir schaffen auch eine Runde ohne. Aber ich brauche Ragnarök. Viel schlimmer ist... Habe ich noch ein Schild? Ich weiß es nicht. Oh, oh, ich muss nach oben. Ja, hast du. Nee, hast du nicht, hast du nicht. Wieso? Ja, weil ich unten gestorben wäre. Mann, ich brauche Zombies. Ich habe keine. Hier sind Tausende. Ja, aber ich brauche die, damit ich mal Runen... Ja, dann hol sie dir. Ja, dann lauf einfach hoch. Hier oben ist gar nichts. Oh, tot. Ja, genau das ist es. Lass die Zombies am Leben. Scheiße, es ist genau wieder schiefgegangen. Wie immer. Wo bist du genau? Ja, du siehst mich doch rot leuchten. Ich bin drei Meter neben dir. Okay, warte. Ah Mann, wie soll ich da wieder hinkommen? Töte die Zombies. Nimm alle deine Munitionen in Kauf. Du hast schneller wiederbeleben. Ja, 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 ja. Machst du tot. Schieß doch mal. Oh nein. Oh, kacke. Warum schießt du nicht? Ich kann nicht schießen. Ich komme nicht durch. Hinter dir. Jetzt. Ja. Nein, ich werde geschoben. Nein. Oh Gott. Hä? Jetzt habe ich alle verloren. Oh nein. Und er lebt noch. Kannst du weiterspielen? Ich konnte laufen und schießen. Das zählt nicht. Ich habe überlebt. Ich habe alles gegeben. All meine Perks für diesen Mann. Mit dem Bogen. Wahrscheinlich hättest du den Bogen wiederbekommen. Hättest eh den ultimativen Bogen. Warum habe ich denn die Sterne? Das ist krasser. Ja, aber du hast 12.000 Asche. Ich war kurz vor meinem Bogen. Ich glaube, nur noch eine Rune hat gefehlt. Und ich vollidiot renne da mitten in die Zombie-Masse. Da kommst du auch nicht durch. Aber durch den Gang kommst du nicht durch. Und ich kann oben nicht teleportieren. Weil da lande ich unten bei der Rakete. Wow. Bringt ja viel. Ja, und dann von unten hoch. Nein. Du kannst in dem kleinen Raum, wo die zweite Vase ist. Äh, die dritte Vase, glaube ich. Oder? Dieser kleine Raum in der Burg. Da komm ich nicht durch. Weil die kommen dann von beiden Seiten. Das ist da oben so eine Blockade. Ich hab da oben auch schon mal gespielt. Ja, aber nicht in Welle 120. Ja, gut. Wir waren jetzt Welle 146, glaube ich schon. So was. Ja, wenn man da in den Meisterwellen ist, klar. Mann, ich hätte dich einfach sterben lassen sollen. Du hättest hier einen Blitzbogen wieder gehabt. Hättest damit eh die krasseste Waffe. Dann... Gar nicht. Deiner wird die krasseste. Deiner wird der heftigste Bogen der Lilane. Nein, aber der ist ja auch schon mega gut. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass man mit dem Blitzbogen nicht weit kommt. Ja, doch. Ja, ne? Du wärst doch Hunger. Du armer Boah. Egal, wir haben einen Bogen hinbekommen. Das war das Ziel des Tages. Morgen geht's weiter. Es geht immer bergauf. Ja, hängen. Weißt du, warum ich auch nicht so gut bin? Eisendrachen 3.0. Ich hab keine von diesen Pröbchen bekommen. Ja, ich auch nicht. Bei mir kam noch nichts an. Ja, kein Wunder, dass hier meine Nudel nicht ganz fit ist. Na, mal schauen, was D-Heil-El sagt. Vielleicht kommt's ja mal. D-Heil-El. Hallel? Hallel? Halla. Das ist Bewertung da, wenn dir gefallen hat, okay? Schwör. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss. Walla.